Heute ist der 21. Dezember und wir schauen mal, was es heute Schönes gibt. Wir machen ein Tomaten-Mango-Chutney. Hier ist das Tomaten-Mango-Chutney. Und ganz ehrlich, es war nicht besonders schwer, aber es brauchte doch einige Zutaten. Ich habe das jetzt so in einem Gläschen dekoriert, habe hier so eine Sticky Note drüber gemacht, bestriftet, noch ein paar Aufkleber. Das ist hier Santa is coming draufgeklebt. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Ich habe hier so einen kleinen Tag genommen und das ein bisschen dekoriert. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Für mich ist das ein kleines Weihnachtsgeschenk, deswegen habe ich gedacht, das ist ganz hübsch so. Ja, ich mache das mal auf, damit ihr reinschauen könnt. Das ist ein Tomaten-Mango-Chutney. Ja, und wie der Name schon sagt, es besteht aus Tomaten und Mango, aus Obstessig, Zucker, viele verschiedene Gewürze von Curry über Zimt und Knoblauch. Ja, also solche Sachen sind da drin. Also es ist richtig, richtig viel drin. Verschiedene Sachen. Das alles habe ich köcheln lassen und schließlich püriert mit so einem Pürierstab und dann in Gläschen abgefüllt. Also es ist nicht besonders schwer zu machen. Letztendlich schmeißt man alles zusammen, lässt es ein bisschen kochen, püriert das Ganze und füllt es in Gläschen ab. Das meiste davon habt ihr zu Hause. Wahrscheinlich fehlt es euch an einer Mango oder ein paar frische Tomaten, aber den Rest hat man eigentlich zu Hause. Und ganz ehrlich, es gibt so einen leicht süß-sauren Geschmack. Das ist super für Fleisch. Ich kann mir das aber auch auf Pasta vorstellen. Also einfach mal ausprobieren. Ist richtig, richtig lecker. Und Rezept gibt es wie immer. Unterm Video draufklicken und von unserer Webseite runterladen. In Filofax-Größe natürlich. Könnt ihr ausdrucken und direkt in euren Filofax-Heften. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und bis zu Video 22. Ach, Daumen hoch. Abonnieren. Fertig.